So, ich will euch mal zeigen, was ich so in meinem Koffer für die GoPro habe. Einfach mal so. Machen wir ihn erstmal auf. Eigentlich ist alles drin, was man so für einen normalen Gebrauch braucht. Natürlich die Kamera, eine GoPro Hero 3 Silver Edition. Momentan in dem offenen Gehäuse. Kamera soll... Ja, ist jetzt nicht wirklich scharf, aber das ist die Kamera. Dann habe ich hier die drei Schrauben, um die Kamera an den Mounting Tools zu befestigen. Wie hier den ganz normalen, kurzen oder langen, den Tripod Mount. Dann habe ich hier zwei Ersatzakkus. Einmal zwei No-Name Ersatzakkus, die ich zusammen mit einem Ladegerät gekauft habe. Dann ist hier noch der originale Akku. Dann habe ich hier noch eine Ersatzspeicherkarte mit 16 GB. In der Kamera ist eine mit 10 GB drin. Dann ist hier der Chesty Mount. Dann die andere Tür für das Kameragehäuse. Die geschlossene. In diesem Falle. Dann hier den Fluggel um die... Ja, den man, ich weiß jetzt nicht, wie ich es wirklich nennen soll, aber den man halt hier reinmachen kann, damit das, ähm, ja einen festen, strammen Sitz hat und auf gar keinen Fall rausfällt. Und so. Dann, der sitzt hier. Dann sind hier hinten, ähm, drei diese Gelenkarme mit den zugehörigen Schrauben. Dann ist hier noch das USB-Kabel von der Kamera. Hier habe ich vergessen, da ist, ähm, HDMI auf Mikro-HDMI-Kabel, um die Kamera dann an Fernseher oder sonst mehr anzuschließen. Dann ist hier das ganz normale Stromkabel für die, für das Ladegerät. Das Ladegerät ist hier. Einen guten, strammen Sitz. Das war mit den zwei Akkus zusammen für 25 Euro. Da dachte ich mir, kann ich es mal testen. Und es hat sehr gute Dienste erwiesen. Hat einen 12-Volt-Anschluss für das Auto und einen 220-Volt-Anschluss, beziehungsweise 110, funktioniert auch, habe ich getestet. So, dass man es im Prinzip überall auf der kompletten Welt verwenden kann. Dann gehen wir in der Reihenfolge weiter. Sind hier, ähm, die Montageplatten. Das ist jetzt hier eine Flache. Noch eine Flache. Und die gebogenen. Also, wenn man mal unterwegs ist, alles dabei. Dann ist hier der kleine, ähm, ja, Rohrbefestigungs-Schlauchschellenteil. Ich weiß nicht, Handlebar-Mount ist, glaube ich, der offizielle Ausdruck. Das ist das Unterteil, das Oberteil und die zwei Schrauben. Dann habe ich hier noch ein Ersatzgehäuse. Und das ist nagelneu, kratzerfrei. Dann ist hier der, ähm, Suction Cup Nummer 2, also Version 2. Der Sautnapf mit dem dazugehörigen, ähm, Ersatzteil. Falls man mal schnell fährt, für die Sicherheit würde ich einfach, äh, ein Band dran machen, wenn es in der Nähe was zum Festbinden gibt. Dann habe ich hier den, ähm, das Kopfband. Hatte ich am 1. Mai mit dabei, war ganz lustig. Ähm, und dann hier natürlich das, was man braucht. Gaffer. In diesem Falle Gewebeband von Patex. Aber ist im Prinzip dasselbe wie Gaffer. Ähm, dann Kabelbinder. Ist auch sehr sinnvoll, wenn man, zum Beispiel, die Kamera mal im Messer oder sonst wo festmachen will. Das habe ich auch schon alles gemacht. Oder Pfannengriffe sind auch sehr interessante Aufnahmen, entstehen dabei. Ja, das war im Prinzip alles, was ich drin habe. Ich würde sagen, alles für den normalen Gebrauch. Hier der Brustgurt, den habe ich noch nie getestet. Will ich jetzt demnächst mal machen. Den habe ich mir jetzt neu erst erstanden, als ich in Amerika, also in den Staaten war. Muss ich noch testen. Aber was ich so davon gesehen habe, ist ganz gut. Jo, das ist mein Koffer. Natürlich mit Aufklebern drauf. Demnächst kommen wahrscheinlich nochmal ein paar mehr drauf. Sind bisher nur hier am Deckel. Muss ich mal schauen. Jo, das war es auch schon.